Moin Leute, was geht mir wieder? Hier ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und ich spiele heute mal wieder den Zombie Modus. So, da haben wir schon den ersten. Oh, der macht nichts mehr. So, ich habe hier ein paar Leute in der Lobby hier kennengelernt. Haben alle ein Headset hier. Der Patrick H954 ist da. Herbert und der Priamert. Ich kann das nicht so erkennen. Hier, Priamert oder was? Priamert, oder? Ja. Perfekt. So, wir spielen jetzt hier eine kleine Runde den Zombie Modus. Ah! Digga! Ich muss mir mal die Olympia besorgen. Die hängt da irgendwo. Wo ist die denn? Was? Ich kann nicht reden und Ding machen gleichzeitig. So, Shotgun ist drin, Digga. So, bauen wir uns eine Barriere. Moin Moin. Moin Moin. Hallo. Ah, ich habe erst 90, Alter. Ich muss die Tür knacken. Ja, die Tür ist offen. Was? Ja, ich bin auch schon. Ich bin auch schon draußen. Ah! Ein blauer Zombie! Ah! Nein, Leute! Hilfe! Danke! So, den knall ich mit dem Messer. Ah! Verreckt! Verreckt! Nein! Leute! Hilfe! Hilfe! Ich war abgelenkt! So, rein im Bus, würde ich sagen. Ach so. Bitte einsteigen, ihr Schweine! Jo, gerne! Jo, gerne! Jo, gerne! Was macht das von Ding? ein Windrad, cool keine Zombies, oh schade ja, ja guck's dir gleich an dann ich lass es gleich hoch, aber wenn es fertig ist moin moin der junge Zocker ja das hätte ich ja jetzt, das kann ich jetzt nicht machen, jetzt bin ich mitten im Spiel, überall sind Zombies und ich... ahhh ich bin... man Leute, heute läuft nicht rund heute läuft nicht rund so Patrick belebt mich wieder das ist mal ein cooler Typ da könnt ihr euch mal eine Scheibe abschneiden hier so Patrick muss wiederbelebt werden dann gehen wir mal hin hier so, setzt mal hier mal die Spritze ich hoffe ich treffe dein Herz nicht nö, aber das ist in Ordnung oh was ist das? scheiße! mich schon klammert irgendwas Alter was war das Digger yo Leute das war es eigentlich schon wieder von eurem YouTube Gamescom auf der Playstation 3 ich hoffe es euch gefallen bis nächstes Mal see you later euer Patrick H. 954 euer Priya Mert und euer Herbert King Number One see you later